Jippie Ah, freu ich mich ja jetzt schon Ist ja nur irgendwo da durch Mh Mh Meinen Paar hab ich ja schon aufgedeckt Das ist so hart Ich finde das cool, das Feature Also das mit den Minen, das gefällt mir echt gut Haben sie super gemacht, gefällt mir Ich mach was anderes Also, klar hat man In einigen Spielen schon so Minenfelder und sowas Aber nicht, dass man sie so halt eben umgehen kann So relativ Einfach in Anführungszeichen Ich glaub, der ist weg Wo war denn der? Da hinten Geht so ein Fuchs Vielleicht komm von hier aus nicht ran Oh Gott, sind da viele Gegner Oh Gott Sehe ich die von hier aus vielleicht? Nee, ne? Shit Guck mal, das sind bestimmt vier oder fünf Gegner So Aua Das ist aber echt nicht nett, was ihr hier macht Träfft ihn aber auch nicht Gut, solange er mich nicht trifft Alles gut Fuckin' Panzer Fuck yeah Yes Oh Gott Oh Gott Schnell weg hier Hallo Einfach mal so ein Panzer Und da steht noch irgendwo einer Das ist nicht der einzige Panzer So Ich hab keine Ahnung, wo hier noch Leben sind Eventuell Vielleicht stehen da drüben nochmal welche rum Da links stehen glaube ich welche HQ I need a recon Scheiß Panzer Wo kann's weitergehen? Komm schon Yes Super, dass er da stehen geblieben ist, der Trottel Da hinten ist mal ein Gegner Jep, den haben wir Lass mich doch bitte erstmal das Ding nehmen Oh Fühle ich mich gleich besser Yes, den haben wir auch So Ich nehme erstmal die kleine Lebenskiste mit Ja, ich nehme erstmal die kleine Die kann ich nicht Da komme ich nicht ran Kein Problem Brauche ich auch glaube ich nicht wirklich Ich glaube hier ist kein Gegner mehr Gute aus Ja, nochmal eine kleine Lebenskiste So und theoretisch haben wir jetzt alles Gesäubert Theoretisch Praktisch weiß ich noch nicht Jo Alles weg Super Mal gucken, ob der Opa von alleine kommt Aber Ich muss glaube ich nochmal zurücklaufen Aber so muss er es halt machen Also er muss doch mal den Level vorsäubern Weil ansonsten läuft er halt einfach Heillos in die ganzen Gegnermassen rein Da kann er ja nicht mal was dafür Er ist halt einfach nicht der Hellste Das ist halt nun mal so So Komm Opa Wo auch immer du gerade bist Wo ist denn der Was Achso Das war jetzt Oberstbefehligen oder so glaube ich Ne Stand da In der Schrift Die da weggeflogen ist Die man einfach nicht lesen kann Huch So Komm schon Bist du da Warum frage ich eigentlich Komm mit Opa Wir gehen nach Hause Also in dein Zuhause In dein neues Zuhause Wo ist denn der schon wieder Ist der jetzt unter der Brücke Hä Ach da ist er Den habe ich gar nicht gesehen Ich habe den nicht gesehen Ich glaube der ist irgendwie gerade weggeklippt oder so Ist noch da Ja Man sieht den halt manchmal nicht auf der Karte Schwierig Okay Da kam noch einer Wollten sie mir nochmal einen vor den Pelz schmeißen Nicht mit mir Komm Opa Geh rein Opa Komm Schafft Super Speichern Yes Gut Gucken wir mal wie viele noch kommen Also eine mache ich jetzt auf jeden Fall noch Eine mache ich noch Dann mal gucken Vielleicht geht die auch schnell Wer weiß Keine Ahnung Sarge Der Oberst hat uns das Geheimnis Der Schlüssel mitgeteilt Aha Kult Stadt oder was Sieht cool aus Ja Und Warte Wenn die Schlüssel zusammengesetzt werden Bilden sie ein Dreieck Ja Haben wir ja schon gesehen Die Schlüssel Die Schlüssel öffnen einen Eingang Mit unbekannten Kräften Ach Gott Der ist uns okkult oder wie Der Eingang befindet sich in der Nähe des Friedhofs Ja super Zerstöre den Panzer der Der die Straße Südlich der Stadt sichert Die zum Friedhof führt Na toll Schon wieder ein Panzer platt machen Wir müssen vor den Braunen An das Geheimnis des Eingangs kommen Die kommen doch gar nicht rein Die haben keinen Schlüssel Wir haben den Schlüssel Oder So Lass mich mal Das ist aber nicht nett Direkt hier Ey mit einer Panzerfaust abgeschossen Seid ihr nicht ganz dicht Aber cool Dass es hier jetzt auch mal Ne Stadt Level gibt Finde ich mega gut Das gefällt mir wohl gut Cool Oh Ach nicht schon wieder Keine Chance gehabt auszuweichen Der stand direkt vor mir Arschloch Entschuldigung für die Ausdrucksweise Aber was für ein Arschloch Ich bin direkt wieder am Rennen Mann Voll gemein Keine Chance gehabt Gar keine Chance gehabt Der ist einfach direkt vor mir gespawnt Yippie Super Ey da musst du ja wirklich tierisch aufpassen Nicht nochmal Der ist auch weg Aber dass sie direkt vor dich absetzen Die Gegner ist halt schon fies Schon hart Habe ich beide? Ja No Mann Wir werden hier mal aufhören Mit den Typen hier rum spawnen Muss nicht sein Hier wäre auch noch ein kleines Midi-Pack gewesen Ach schade Und ich habe das große genommen Komme ich hier irgendwo durch? Ne ne Aber cool gemacht mit der Stadt Das gefällt mir Das ist hübsch Echt cool Vor allem steht jetzt hier nicht der Panzer um die Ecke Nein Ein Granatwerfer Ja Aua Äh So Okay Da hinten ist wieder irgendjemand Aber wo? Och ja Immer dieses vor der Nase gespawnt Das ist so kacke Voll gemein Hilfe Der Barbecue-Mann ist da Aua Boah der Stadtlevel ist ja echt hart Cool gemacht Boah Übel hart So da hinten sind doch irgendwo Gegner Sehe ich leider gerade nicht Nicht Ja da oben wahrscheinlich ne Ich muss mal gerade Leben holen Möchte ungern ohne Leben hier In diesem Level der so Krass verwinkelt Wie groß ist denn der eigentlich? Boah schon groß ne Der ist schon groß Der Level Hm Na gut Müssen wir wirklich vorsichtig vorgehen Aber das kriegen wir hin Glaube ich Ach hier komm ich auch gar nicht Reingucken mal Hier ist wieder ein Dacheldraht Das sind so ne komische Musik grad Hä? Hier sind auf jeden Fall Gegner um die Ecke Wo? Da Ach es war zu weit Boom Double Kill So Wenn ich da hingehe Kriege ich bestimmt wieder Einen Gegner vor den Pelz Stellen sie mir bestimmt wieder Einen vor die Nase Hm Schnell konnte ich gar nicht wegrollen Oh cool getroffen Was ist das hier? Das ist doch ne Bazooka Äh ne Panzerschreck Oder sowas ne? Äh nicht Panzerschreck Ein Dings Äh ein Geschütz Oh Ist jetzt gut da hinten Kann man mit dem Geschütz eigentlich schießen? Das wäre cool Was ist da? Oh Hilfe Äh Schon hart hier Viele viele Gegner Uiuiuiui Ein Bum Ein Bum Bum Kravum Ja genau 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 Kann ich das benutzen Oder müsste ich sprengen Ich hab nix zum Sprengen Kade Ah Was ist das? Wieder vor der Nase Ich komm einfach da mal raus Aus den Gebäuden Das sieht ja so gedacht Da ist auch noch irgendwo einer Aber den seh ich noch nicht Juhu Tschau Ich geh dann mal Hab ich keinen Bock mehr drauf Nö 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 Macht mal euren Kram alleine weiter Oh Ey Junge 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 Das ist echt haarig Was ist denn hier bei der 3 Brauner Posten Okay Brauner Posten Also quasi eine Toilette Ich will nicht Ich will nicht Straße da rein Na guck mal Hier ist wir ein Leben Lass mal nochmal welche brauchen Hm Irgendwo muss ja der Panzer aufstehen Guck mal da Ah ja Drei Gegner Gut Einmal durch die Wand geluschert Hä Fiese Bank Sehr gut Nein Du Arschgesicht Ich sagte du Arschgesicht Nimm dir das gefällig sein Zu Herzen Made Oh guck mal da hinten sind Widerständler Oder sowas So pinkfarbene Oh ich muss mir grad mit dem Leben holen Da sind irgendwelche Widerständler Oder sowas Scheinbar Die helfen uns Boah Gott ey Fiese Säcke Aber irgendwo ist wie gesagt Noch ein Panzer Und den gilt es noch zu finden Eigentlich will ich ihn nicht finden Aber Ich muss ja Also entweder schießen sie auf mich Das ist der Panzer Man hört ihn schon Sollen wir hier mal durchgucken Ja Man sieht leider nicht viel Mist Man sieht ihn nicht Ja schade Ach 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 Hallo Da sind auf jeden Fall Gegner Theoretisch sind der Gegner Ja wer weiß das schon Hallo Oder sind die in die Straße weiter Ich hab ein bisschen Angst Wie gesagt Wie gesagt Panzer ist immer Schwierig Seid ihr böse Oder seid ihr gut Ich weiß es nicht Theoretisch Ach ne das ist hier nicht der Friedhof Ich wollte grad sagen Theoretisch bin ich ja schon beim Friedhof Aber das ist nicht der Friedhof Wo ist denn der Friedhof Da dran Okay die schießen auch auf mich Okay alles klar Die sind uns nicht freundlich gesonnen Hab ich ihn gesehen Zum Glück noch gesehen Oh scheiße Ciao Okay jetzt sind uns die Grauen Auf einmal auch nicht mehr freundlich gesonnen Ich guck mal grad Ob ich noch irgendwo Leben finde Ich will das nicht Ohne Leben machen hier Ist mir zu hart Tüdelü Aaaaaah Macht ihr das unter euch aus Ist mir egal Äh Da 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 Aaaaaah Warum hab ich jetzt zwei Panzer Die auf mich schießen Finde ich nicht in Ordnung So Also zwei Panzer Finde ich echt nicht in Ordnung Aber was willst du machen Da kommen halt nun mal jetzt Zwei Ach Scheißdreck So wo ist der Mit seinem Miesen Gefährt Steht da hinten irgendwo Sehen leider nicht Au Das darf doch nicht wahr sein Okay Wir belassen es erstmal dabei Für heute Das darf doch nicht